so hallo und herzlich willkommen zurück zu neck nächste aufnahme session für die nächsten wochen ich muss neck unbedingt heute fertig kriegen weil nächste woche kommt ja forza ryzen 2 raus was der ersatz sein soll das heißt ich muss hinne machen ja ladebildschirm toll so ein ps4 controller ladet im moment der andere ist auch nicht hier sind wir schon wieder hier waren wir doch naja hallo freunde ich habe euch nicht vermisst neuer tatendrang hier freue ich mich schon drauf irgendwie freue ich mich ein bisschen wieder neck zu spielen da 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 aufs maul auf den schalter schnauze ich gebe dir schade ich habe gewettet da geht es durch aber das haben wir schon gesehen gell sie sollten lieber zurück bleiben sonst werden sie noch gegrillt noch besser wir treffen uns dort auf diesem hügel ich schätze dort finden wir auch gander ein stromschlag wäre wirklich ein passendes ende sie liebt mich einfach nicht mehr also ich bin kein mensch aber ich glaube es ist etwas komplizierter jetzt gehen sie lieber ein stück von mir weg bevor das feuerwerk beginnt ich gehe ja schon gehen sie schon kein mitleid sie war ja nur die liebe meines lebens ja gut ich glaube nicht versteht das nicht kann ich gut nachvollziehen allzu gut meins alles das sind ja hier formschöne Magnete wo nein ah ah gut war scheiß angegriffen gebe ich zu so jetzt aber halt warten geht der nicht aus na gut halt deine fresse ich gebe dir halt bevor ich jetzt weitermache ich google jetzt mal überhaupt wie viel kapitel neck noch hart ich spoilere mich jetzt einfach mal hallo ja moment ich muss kurz auf das surface zugreifen so so und dann huch ich bin noch im facebook angemeldet was so was so so ah ah neck Handzahl. Handzahl. Okay. Wenn ich das jetzt so grob überfliege, haben wir 13 Kapitel. Und wir sind schon bei 9, glaube ich. Oder? Ja. 13 Kapitel und 4 Verse. Haben wir. Und wir sind in Kapitel 9, Vers 2. Das heißt, allzu lange ist es nicht mehr. Moin. Alter. Immer langsam, Freund. Alter, was der mir abgezockt hat. Einen Schlag. Muss ich aufpassen. Au. Ach ja, da war was. Vorsicht. Na, komm. Gut. Nicht ganz so viel wie vorher, aber auch noch ganz schön viel. Gib mir deine Relikte. Alter. Hey, komm her. Alter. Hey, ich war doch dran. Die cheaten doch. Fresse jetzt. Mehr Relikte. Gut, kann ich jetzt nicht aufnehmen, aber egal. Ups, war ich nicht. War eine Reaktion. So, Panzer. Kann ich dir mitnehmen? Schade. Also. Das ist doch schon besser. Kümmern wir uns um ein paar Panzer und Flugzeuge. Wie weit bin ich im Kapitel zurück? Das habe ich doch schon alles gespielt. Da ist die Laser-Attack-Kanone. Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Sonst spiele ich ja hier total umsonst. Moment mal. Zerstörung in der Panzerfabrik. Das war eine Folge. So, herzlich willkommen bei NECK. Kleinen Moment. Zurück. Stell dich mal ganz leise. Das war die letzte Aufnahme. Fuck. Gut, ein bisschen viel sind wir zurück, aber das macht gar nichts. Irgendwo hier hat, glaube ich, auch die letzte Folge geendet. Beziehungsweise die gestrige. Das heißt, wir spielen eigentlich nur sieben Minuten in der Vergangenheit. Au. So, das ging besser, als ich eben gesehen habe. Wusste ich es doch. Das habe ich nämlich beim Schneiden gesehen. Da ist noch was. Was haben wir denn da? Aha. Ein Freund von mir, der hat das, glaube ich, schon durch. Ja, hau den Panzer kaputt. Au. Okay. Du wolltest also auf die Tour, ne? Wird mal Zeit, seit 30 Folgen meine Profi-Skills auszupacken. Wuh. So, jetzt rushen wir hier durch. Einfach so. Kommt her. Ha, da hat die PS4 geruckelt. Habe ich genau gesehen. Ach, komm. So. Genau, hier waren wir noch nicht. Ah, doch, hier waren wir. Schon mal, glaube ich. Ja? Eine halbe Armee zerstört in Monte Verde. Und jetzt willst du es zu Ende bringen? Wieso? Du fragst, wieso? Du zerstörst ihre Außenposten und überfällst ihre Städte. Und wofür? Sonnensteine und Relikte? Weg. Ich behebe hier nur ein Unrecht. Heute leben die Kobolde sehr primitiv in den Wäldern und Bergen. Doch vor den Kristallkriegen hatten wir eigene Städte. Und unsere eigene Zivilisation. Ich versuche nur, das zurückzubekommen. Und ich bin bloß hier, um zu zeigen, dass Angriffe auf Menschen auch Folgen für dich haben. Du bist ihr Werkzeug. Und wir haben jetzt lange genug in den Ödlanden gelebt. Vernichte das Monster. Hups. War ich zu schnell, wa? Hups. Wow. Alter. Immer langsam, Kollege. Cheater. Schön die KI austricksen. Ach, noch mehr. So, euch nehme ich auch noch mit. Ah, fuck. Ich habe keine... Ah. Ich habe nicht mehr die Steine, die ich wollte. So, Panzer 1. So geht das. Motherfuckers. Gottes Willen. Ich habe gute Laune heute. Ah. Ei, da war ja was. Jetzt nicht mehr. Oh, ich bestehe nur noch aus halben Relikten. Oh, noch mehr. Das schaffe ich jetzt nicht. Jetzt kacke ich ab. Professional Gameplay. Kann ich die nicht nehmen irgendwie? Hä? Ist ja mies. Och, komm, ey. Nehm ich mal mit. Schade. Schade. Fuck. Na also. Äh, 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 äh. Immer langsam hier. Mit Schallgeschwindigkeit weggehauen. Ja, 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 ja. Immer langsam. Immer langsam. Erst den Panzer weg. Gegeben. Wann gibt's Mittag? Genau, das war, glaube ich, die letzte Sequenz oder so. So viele Waffen. So viele. Die müssen alle weg. Nein. Genau, hier haben wir auf gehört. So, dann mache ich jetzt mal einen Folgencut und wir sehen uns dann morgen in der eigentlich richtigen Folge von NECK.